Musik Was ich besonders toll an dieser Schule finde, ist, dass die Lehrer hier alle sehr nett sind und es sind auch sehr nette Mitschüler hier und die sind alle hilfsbereit. Ich bin froh, auf dieser Schule zu sein, weil die Klassengemeinschaft hier echt super ist. Musik Das Wichtigste für mich ist die Verbindung von Lehrern und Schülern. Die Lehrer sind nicht nur an einem als Schüler oder Schülerin interessiert, sondern auch an einem als Mensch. Musik Die Sabine-Ballschule ist eine christliche Privatschule. Sie ist nicht in staatlicher Trägerschaft, sondern in privater Trägerschaft. Wir sind staatlich anerkannt und damit zählen unsere Abschlüsse genauso wie an jeder anderen staatlichen Schule auch. Christlich heißt, dass wir sehr wichtig finden, dass die christlichen Werte an der Schule ausgelebt werden, wie Respekt, Liebe, Wertschätzung zueinander, Wohlwollen. Musik Die Leistung ist zwar wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Musik Die Leistung ist zwar wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Die Leistung ist zwar wichtig, aber es ist aber wichtig, dass sie nicht in staatlichen Käptigen, Musik 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 Vielen Dank.